Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Irgendwie fangen alle meine Videos so an, weiß auch nicht. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so einen Kunstfeldteppich wieder schön sauber bekommt und zwar so, dass er flauschig ist danach und nicht so verklebt, wie wenn man ihn einfach nur wäscht. Ich habe hier so diesen weißen Teppich bei mir im Wohnzimmer liegen. Da hat mein Hund sein Leckerchen drauf gefressen und seinen Knochen. Deswegen ist es hier alles so ein bisschen grau verfärbt und verbröselt und ja, sieht einfach nicht mehr schön aus. Ich werde das Ganze nicht absaugen oder so. Ich werde den gleich ausgiebig ausschütteln, dass ich hier so diese Brocken lösen und dann machen wir weiter. So, jetzt habe ich den ganzen Teppich einmal gut durchgeschüttelt. Das macht man natürlich am besten mit einem Teppichklopf war am Fenster oder draußen. Ist jetzt hier nicht der Platz dafür und Video draußen drehen ist nicht so super. Als nächstes werde ich das Ganze einmal einweichen und ein bisschen mit Spülmittel vorbehandeln. Das ist auch sehr wichtig, dass wenn ihr Flecken drauf habt, dass die wirklich einmal vorher schon behandelt werden. Ich nehme jetzt hier lauwarmes Wasser und nehme dann einmal ein bisschen Spülmittel dazu. Verreibe das dann. Das ist deswegen wichtig, Spülmittel ist Fettlösung. Das Ganze hier ist natürlich fett von den Hundeknochen. Das sichert mir eigentlich dann nur zu, dass diese Flecken dann auch wirklich draußen sind. Natürlich super, das auf dem Paketboden zu machen, aber geht an das jetzt nicht. Und jetzt darf der ganze Teppich bei einem schonen Waschgang für Handwäsche in die Waschmaschine. Ich habe das Fell jetzt aus der Waschmaschine genommen und habe es trocken aufgehangen. Ihr dürft natürlich so Kunstfell auf gar keinen Fall schleudern. Also das wirklich tropfnaß aus der Wäsche nehmen. Und dann wird das Ganze getrocknet erstmal so unschön ausschauen. Und damit wir das wieder wie hier so flauschig wie neu kriegen, verwende ich eine Hundebürste. Die verlinke ich euch auch in der Infobox, dass ihr die bestellen könnt. Die ist nicht teuer und eignet sich wirklich hervorragend dafür. Bitte auf gar keinen Fall irgendwie ein Haarkamm oder eine Haarbürste dafür nehmen. Damit beschädigt ihr einfach zu viel Struktur und reißt zu viele Haare raus. Ich zeige euch das einmal kurz, wie leicht es geht. Und zwar gehe ich einfach ganz leicht hier über diese Verklebungen drüber. Und dann kann ich das wunderschön glattbürsten. Und wie ihr hier seht, es gehen ein paar Haare raus, klar. Aber nicht so viel, wie wenn ihr eine richtige Bürste nehmt. Ich mache hier mal weiter. Ja, und so reinigt und pflegt ihr am besten eure Kunstfeldteppiche, wenn die dreckig sind, wenn ihr die mal so wieder reinigen wollt. Das ist am schonendsten. Nicht mit dem Staubsauger unbedingt rangehen und auch nicht mit zu harten Reinigungsmitteln. Ja, ich mache das ungefähr einmal im Monat. Weißer Teppich mit Hund im Wohnzimmer war nicht so die cleverste Variante. Aber ich habe die Kamera zu hell eingestellt gehabt. Aber ich denke, man hat es trotzdem ganz gut gesehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ihr probiert es mal mit euren Pelzenteppichen nach. Und ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss!